Vorbereitung ist die halbe Miete. Beschäftige dich vor deinem Interview nochmal mit dem Unternehmen, mit der Stellenanzeige und warum gerade du dafür geeignet bist. Bewerbungsgespräche sind keine Einbahnstraße. Mein Tipp für dich, bring einfach ein paar Fragen mit zu Themen, die dir wichtig sind und auch grundsätzlich dein Interesse zu zeigen. Und es können zum Beispiel Fragen zum Aufgabengebiet sein oder auch zum Team. Sei transparent. Auch wenn du mal dein Studium abgebrochen hast, red offen darüber. Hab keine Angst du selbst zu sein, denn du bist gut so wie du bist. Nenn doch einfach auch Beispiele aus deinem Leben, die dich als Person widerspiegeln. Sei authentisch und verstell dich nicht. Es ist total normal und menschlich nervös zu sein. Mir ging es nicht anders bei meinem ersten Vorstellungsgespräch. Ich war super aufgeregt und ich habe die Rolle trotzdem bekommen.